Männer Power in sozialen Berufen. Der Boys Day stellt hier spannende Projekte und coole neue Jobs vor. Denn Jungs und Männer im Sozialbereich sind extrem gefragt. Mein Name ist Dieter Zippel, ich bin 29 Jahre alt, ich bin ausgebildeter Elementarpädagoge. Ich wollte immer schon etwas Soziales machen, habe dann im Gymnasium die Möglichkeit gehabt, in einem Kindergarten zu schnuppern. Seit dem Tag an war für mich eigentlich, ist für mich festgestanden, dass ich in einem Kindergarten arbeiten möchte. Du hast jeden Tag Spaß und Spannung, die mit sehr viel Ernsthaftigkeit verbunden ist, weil du ja eigentlich auch einen Bildungsauftrag hast. Und das war genau dieser Punkt, warum für mich dieser Beruf einfach bis zum heutigen Tag mein Traumberuf ist.